so daher sind wir wieder bei Toraya also, dass das schon anfängt Menschen sind dreckig dann bist du wieder bei Toraya so nimm mal wieder bei Toraya mit mir in den Jährigen Play und wir haben an der T Peyere gesehen boah ey und ich wette mit dir es gibt genug LettsOOD, mit so einem Akzent so doch hoff der grüßt ihm in der Hand das aber wieder bei Terraro die Kinder heil doch auch und halt die Union der GmbH er bei Lächeln in der Bodensprache nur ein Mischmachstau der falsch klingt ja ja ich ich würde zu ja mal so ein Kurs besuchen um ein paar Akzente zu lernen oder mit einzubauen ja schon cool Stimme verstellen ist immer toll in Let's Plays ich mag meine Stimme gibt ja auch diese ganze äh dein ganzes TNT landet übrigens auf dem Kobaltblock oh verdammt hier ist Adamantik das hat sich gelohnt 500 Gold dafür auszugeben was wolltest du sagen achso es gibt ja viele Let's Plays die ihre eigene Stimme nicht mögen ja um mal wieder ein paar Gespräche im Let's Plays zu führen ja zum Beispiel dich Baku der in unseren ersten Skype Gesprächen hat immer gesagt boah ich würde meine Stimme so gerne mit deiner tauschen nein das war das Gehirn das war auch beides Gehirn und Stimme weil du auch gesagt hast dass dein Gehirn so kacke ist ja Gedächtnis nix kann der Trifo trotzdem hat er so viele Abonnenten na seht ihr mal genau jetzt kann ich auf einmal gar nichts mehr sag mal kannst du mal dein scheiß Wasser wegpacken ja klar gib mir ey jetzt kannst du mich mal ganz am Arsch lecken hast du gesehen wie viel Mut ich aufgehoben hab ich hab 3 250er Stacks oh ich nicht hab ich denn keine Sticky mehr Sticky Sticky achso wir können auch einfach die Tränke nehmen die Sticky und Sketchy schau magst du mal hier mit hochkommen zum Haus wieder ne aber danke der Nachfrage warte ich komm ich reparier es mir oh 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 boah reparier mir mal ein äh hey und wir haben es geschafft das Spiel durchzuspielen ohne dass unser Haus korrupiert wird hohen 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 freudig und er ist ja Oh, oh, ein Brisk Feral Claws. Was ist das denn? Äh, ich hab gar den Feral Claws. Gib mal, ja. Das ist die Anrufsgeschwindigkeit. Melee. Das ist ein Melee-Item. Move-in-Speed. Na, ich hab mit eins und mit zwei Defense. Oh, Adamantik. Hat sich doch gelohnt. Yay. Ja, fünf Adamantik. Oh, ist ein Barren, ne? Okay. Mal, lasst mich an in Ruhe, ey. Ich hasse euch. Ich bin Zombie. Man nennt mich auch Goldfischhunter. Goldfischhunter. Was doch mal diese roten Fische sind. Was, wie heißen die roten Fische denn? Angelfisch. Angelfischhunter. Der neue Beruf. Sag mal. Und jetzt? Hast du noch TNT? Äh, mein TNT habe ich noch, ja, ein bisschen. Dann springen wir hier weiter. Okay. Ich hatte letztens irgendein Bild gesehen von einem Angelspiel. Das war das Fisherman... Äh... Äh... Ba... Ba... Ba'dars Club. Oder so, ja? Hört sich spannend an. Und da klingt... Äh, da klebte der Aufkleber genau eben über das Fisch bis zum Haar. Und beim Ba'dars eben genau über das Bad. Also, was dann Hermans Ass Club. das war sehr schön oder wo? das hab ich getwittert mal ich weiß nicht mehr wo ich es gefunden habe aber ich kann es noch mal suchen danach kann ich dir gerne schicken so das Bild von Hermanns Essklop googeln jetzt bestimmt voll viele Daumen hoch wenn ihr es auch gegoogelt habt oh nein 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 Aua haha nochmal gestorben ich will einfach um dich damit du damit ich jetzt aus Brust einen Smarty essen kann ok ich will gar nicht wissen wie fett du mittlerweile bist ja durch die fünf Smarty ist ja da hab ich eine Tonne zugenommen ich fang jetzt eine Diät an ok die Diät ist vorbei also ungefähr so machen es viele Frauen auf jeden Fall ja ok ich hab wieder was weggeworfen meine Diät machen halten sich immer straight an ihrem Plan aber essen trotzdem dann immer zwischendrin was ja das kann ich mir doch mal gönnen ich bin doch so strafft bei meinem Zeitplan ja ja deswegen gibt gar keinen Sinn finde ich so ne Scheiße warum man das gar nicht erst machen finde ich oh wir sind schon in der Hölle ja super hat sich gelohnt ja jetzt fließt Wasser in die Hölle da hoch und du ja und du fertig nein mir fehlen nur noch Sachen ja dann hast du Pech ok ok nein keine Ahnung wo sollen wir denn das noch Adamantit hernehmen ja hier gibt's mit sie hab Adamantit gefunden hier gibt's nirgends mehr Adamantit es ist hoffnungslos genau deswegen hab ich jetzt so wieder was gefunden hörst du mir nicht zu hoffnungslos ok ok lass ihn liegen lass ihn liegen ja richtig so das Spiel ist beendet ihr Spacko nein ok einen Life Crystal eine Leve Kristall hoch ich hab keine Leuchte Potions mehr oh ein Gegner ich seh gar nichts mehr ja ist aber echt cool dass mein Stab leuchtet haha mein 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 Zauber deine Rainbow Ward ja hast du dich grade cool bezeichnet ja lol meine Abonnentileintchens nenn mich immer cool ja so bin ich cool ich glaub es gibt keine krassere Verniedlichung Verniedlicherung von dem Wort Abonnenten als Abonnentileintchens Pupsunenten nee Abonnentileintchens ist noch krasser wer nennt's denn Abonnenten so ich achso nein aber nicht wirklich aber aber du könntest das tun ich könnte es tun tun könnte ich's na meine kleinen Abonnentileintchens gut toll super ich war grad kurz auf den Desktop und bin in den Lava geklatscht alles deine Schuld mitten im Let's Play raus was bist du denn für ja aus Versehen hier ist so viel aber ich seh nichts weil einfach nirgends Licht ist ich brauch natürlich ein paar Leuchtepotions du brauchst meinen Stab du musst ja heute die Hotsche reparieren was du musst das Haus reparieren ich muss mir mit der Leuchtetränke holen nein warum hast du denn zerstört ich hab mich da importen können tja jetzt nicht mehr ja ich weiß doch nicht wo das Haus ist einfach gerade hoch gerade über dir was tja 3 leuchtet müssen so alles in den Mül schmeißen in die Mühle in die Mühle in die Mühle in den Mühlen wenn man dann immer mehr 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 Möhmel mal mehr 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 Möhmel 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 ich habe durch die ich sehe aber manche daran habe ich das ich habe hier, guck was, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen hier, wir haben genug oder? ja, für eine Sache, aber wir brauchen ja noch dein Schwert genau, jetzt wieder Ansprüche stellen, ne? wir brauchen 50 nein 60, 60 Erz brauchen wir dann haben wir es gut, dann gehe ich mal woanders lang als sonst oh, cool hey, da war ich vor oh, hab Adamantit aber nicht viel das sagt nichts ja, 10 oder so jeder Furztropfen hilft Furztropfen, aus der Woche Furztropfen, richtig eklig ey das wäre ein Furztropfen, egal, das wollen wir alles gar nicht wissen durchfallen das Durchfall 9 Euro ja, hier ist noch so eine Goldkammer ja, ja, und hier ist das England of Mind 10% mehr Move Geschwindigkeit I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it move it maaa ich leuchtet hier gerade echt mit meinem Start, ne? das ist halt sexy, ne? and I know it ein Rainbow and I know it oh, Adamantit gefunden wieder yay ich bin der Adamantit, man wie viel brauchen wir denn noch? 12 Barren, ne? äh, yes also ich habe jetzt ungefähr nochmal 20 oder so ja, und 60 brauchen wir oh oder? ja hey, was labere ich? wir brauchen nicht 60 10 Barren habe ich schon du hast mir 50 nochmal gegeben das sind nochmal 10 jetzt haben wir 20 fehlen noch 4 Barren 4 Barren sind 12 wir haben genügend 20 ich habe 26 ja, haus komm kommst du zum Haus? oh, oh, oh ich habe ne komm, komm runter ich habe ne dinges ne Puppe äh, müssen wir nicht switchen so mal zwischendurch nö lange noch nicht haben noch Zeit alles zu machen das ist der letzte Part, Terraria sobald wir wissen ja, genau benutzt nochmal den Spiegel um die Zeit zu strecken so, nochmal runterfallen jo okay ich habe die Guide-Scheiße in der Hand und wir werden es jetzt spielen ich habe die Wall of Flash gehört ja, weil ich sie geholt habe Pammer soll ich jetzt einfach wieder meine richtige Wacht benutzen? mach, was du willst oh Gott, wie wenig die aushält wie viel Leben hatten die eigentlich? 8000, oder ne? boah, was ist denn wenn ich bei der Dutt hier benutzt? warte mal ich renne mal in die rein boah, warte, lass mich drinstehen wer hat okay, macht's noch null melee token melee token melee token oh okay, back zerstört ich habe einen wild melee token gefunden oh, ich habe meinen melee token gar nicht verzaubert gehabt fail 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 jo äh hier wollte schon sagen so 25 adamantikbarren heißt, wir brauchen einmal ein Schwert für den kleinen Manuel und einmal noch eine Säge für den kleinen Manuel bin ich klein oh, der Guide ist schon wieder da okay also ich habe die Kobalt Chainsaw den Mithril Drill und Kobalt Drill also war ja auch noch die Säge des äh, äh, von Mithril, oder? wir sammeln alles hier unten in der ersten Kiste genau unter der Säge hier, wo ich, genau unter mir genau unterhalb von mir genau unterhalb von mir da sammeln wir alle Objekte, die du brauchst so kriegen wir es am schnellsten zusammen das und die nehme ich mit und schmeiß noch das mal weg und das mal weg so hab's reingelegt das Schwert die Säge äh, hast du noch einen Mithril Bohrer? ja, ne? ja, ja ich hab meine Bohrer noch sind alle da drin sehr gut dann machen wir das so und dann so und jetzt brauchen wir noch äh, deinen Bohrer brauchen wir nur noch ich hab keinen Bohrer doch, du hast doch den roten Bohrer ach so, den meinst du ja, ist drin ok, und jetzt brauchen wir noch lass mich mal ran danke äh, brauchst du noch das Schwert ich hab ein Koboldschwert ich hab ein Koboldschwert ja, ja brauchen wir 25 davon 5 davon und 5 davon äh, ich hab schon alle Schwerter gemacht für dich so ok tada, das alles brauchst du oder kannst du dir alles herstellen alles, was in der Kiste ist ja, dann nehm ich's jetzt alter alles alles mein Gott ich hab gar nicht so viel Platz der mach halt erst das Schwert oder erst den Bohrer oder wie auch immer für den Bohrer brauchst du halt alle Sägen und alle Bohrer und 5 von allen Sägen ich hab auch was rausgeworfen das geht natürlich auch äh, wo ist unser Guide? ach, da rechts was kann man denn mit dir? so, ich soll mir jetzt, ähm Hamdrax dat? ja sicher? ja und Hamdrax ok, hab cool 5% Critical Strike Chance hat mein Schwert und mein Bohrer 11% Damage wow ich verzauber den nochmal richtig haben wir 15 Goldfische? keine Ahnung nein lol ich hab meinen Bohrer rausgeworfen ja, geil super wo ist der? ne, mein Bohrer ist hier in meinen Händen jetzt wieder achso äh, aber ich hab meine Waffe irgendwie ge-failed verzaubert achso ja, brauchst du ja nicht mehr verzaubern gut dann warst du es mit dem Terraria let's play, oder? oh war ne schöne Zeit ich werd vermissen mit dir aufzunehmen besonders mit deinem guten Schlafrhythmus dass ich dich nur alle 4 Tage erwische ja, dann, äh erzähl uns, was wir eventuell noch machen könnten und dat ward oder nicht? dat ward, ja dat ward ich öffne gerade die Tür noch sexy immer eine Reihe nach innen und eine Reihe nach außen was ein Schwachsinn lass mich ok warte so, und die müssen nochmal wird sie immer alles zerstören, oder wie? nö ich hab nur so gemacht, dass die Türen richtig sind gut ok dann war es das mit dem Terraria let's play soweit hoffe es hat euch gefallen mir hat's gefallen hat's dir auch gefallen ja 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 hier bekommst du einen vollen Star am Tag komm her nein niemals gut ähm ja was ist jetzt los, ne? also, tschüss und so tschüss wie fällt das so schwer schwer tschüss zu uaaah hüh wahrscheinlich nn Deutsch komm mit Manu, wir machen jetzt noch voll Party hier komm hier rein zum Party? blumumumumumumumumumumumum warum fliegen die alle weg, sollen da bleiben na ich glaube das hier ist nerviger ja nein das mach kein Geräusch natürlich bei mir schon mach die下面 yaaai okay Bis zum nächsten Mal, äh, bis zum nächsten Projekt, vielleicht machen wir auch nochmal irgendwas zusammen, oder Terraria, schlag was vor, bis dann, tschüss, auf Wiedersehen, hasta la vista, servus, hasta la vista nochmal und schon nochmal servus.